Wir freuen uns für uns, was wir gut haben. Wenn wir krank sind, dann werden wir gesund sein. Dann denken wir, dass wir gesund sein werden. Wenn wir keine Top kommen, so freiwillig wie wir können, dann denken wir, was wir wollen, wenn wir nicht können. Wir wissen, dass wir eine andere Zeit haben. 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 Aber wir können nicht so freiwillig Top kommen, wie wir können. Aber das ist wichtig, dass wir tun. Ich darf ja auch von solchen Dingen vertellen, von Top kommen, Amts-eich-Mot-Märten. Von daher gibt es einen Timer von einem Mann, Barnabas. Wer weiß, wer Barnabas ist? Die meisten wissen wir von dort nun. Du hast nicht sehr viel von denen geschrieben, ob er es geschafft. Wir reden auch immer von denen. Und ich bin jetzt mit der Lehrerin. Ich bin Lisa Wohl von dieser Gruppe hier. Die sind hier wenigstens nicht. Ich kann nicht vielleicht nicht. Ich kann nicht deine Mama ins Hospital, als du in Stuttgart warst. ich bin je an, also konnte ich nicht mehr für das. Garantü nicht. Ich bin selbst in Stuttgart. Und wenn Sie die beiden schauen, dann gehen wir uns, und sagen Sie, das war. Ich bin kein Glück. Ich bin mir noch. Wir kommen zum Beispiel die imagen. Und sagen Sie, wie die denn noch gut sind. So, Hi Corny. Das ist ein Ding, was wir kennen. Technologien haben Angst vor Technologien. Das ist ein Problem, was wir brauchen. Das ist ein Ding, was wir ganz lange nicht gesehen haben, mit Technologien, mit einem Kölk-Tob-Kampf, mit einem Köln-Dinger-Tob-Dohn. Das ist ein Problem, dass wir mit einem Kölk-Tob haben. Wenn ich persönlich bin, dann bin ich mit einem Kölk-Tob-Kampf. So, in Ansatz 13, Motmerken. Wenn wir discouraged waren, und motlos, dort wird eine Zeit, dort wird einen betragen, dort spät ist einer, wenn man nicht mit dem, dort nimmt einem Dollar und Dollar vor, und dann kommt der Bögen, vielleicht zu wenig zu Brücken. Dort wird einen verbinden, und in der Online-Fahrung, einer weiß nicht, wo wir das haben. Einer wird nicht mal so erschaffen, einer ist nicht so produktiv. Aber wir sollen nicht abgeben, wie es dort dann, solche Taten dann tun. Das ist ein Bild von einem, Popeye the Sailor. Wer haben wir von Popeye the Sailor hier? Vorsteig. So, das ist ein Cartoon, von Old. Und dort wird einer, dort hat so eine, sehr besondere Muscle, hier am Arm. Und wenn du was wärst, größer können nicht, du wirst mehr scharfen, aber dann würde sich dort Spinach nehmen, würde sich dort abwerfen, na, wieder was stark, dann können wir wieder scharfen, und dort dann wird der Feld. Und dort sein Zimmer, wird Amtzeit 13, ein Motmerken, und dort. Wenn einer, würde sich dort Spinach nehmen, und dort kreifeln, wo dann mal dergfeln, wird auch nicht. Und dort, dort fängt einer ein bisschen verschiedene Weh. Aber dort wird, deshalb Englisch, in Courage, dort in den Nächsten, was immer, hundert mehr, hundert mehr, ich sage, immer und immer und immer, dort der Keuch, soll ich dreißen, und die Menschen, soll ich dreißen, wo die Taubkomm, wie sonst Amtzeit dreißen, ein Motmerken. Insofern, wir sagen, dass wir Menschen, wir verhüten, und wir verhüten, und wir verhüten, und wir verhüten, und so dann, sagt der Schaff, immer und immer, und immer, und du wirst mehr haben, wenn das so wichtig, dass wir diese Dinge tun. Wenn du sonst noch Dinge rummachst, was deine Bedrückung tun, und dort dreißen, die Motmerkomm, und wir können, topschrauben, die Menschen, Motmerken. die Kirche, würde dann einfach, eine große Städte sein, wo die Menschen werden, wo die Menschen werden, wo die Menschen werden, mit dem Motmerkomm, und, und das dort, das sei halt, in der Welt, dass die Menschen, einem Kreditierende und, und, unterbringt. Aber hier, in der Kirche, hier, wo man die Kirche ist, das soll nicht so sein. In einem Moment hat man sich schon von den Denken gehalten, wo du euch gerne umkicken, wo du euch gerne umreden. Wenn es zu sein liegt, dass es dort ohne Menschen umkicken, zu kritisieren und zu erreichen, wir sind nicht perfekt, wir merken Fehler. Und dort weiß ich es auch gut. Du fehlst uns nicht, Denken zu haben, wo wir alles erreicht haben. Aber manche Motmerkungen können die gute Dinge nach dir umverteilen. Und so in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Versaßen 30 und 37, sage ich, In Josef, der von der Apostel auch Barnabas genannt wird, dort meint einer, der durchdreißen wird, ein Levi, der von Sippir entstürmt, hat Lohn und verkauft dort und kein in Ewigkeit der Apostel das Geld. So wisst ihr, ob Barnabas sind? Nun, wir, nicht Barnabas. Dort wird ein Nickname. Das sagt ihr mit der Dachgund, das ist ein so ein Ding, an der Denkverdung ist, das ist hier, wo du das, das ist in Numen. Das sind kleine Details, was eins immer einer immer kicken wird. Und dort wird ein Nickname, dort wird ein Josef. Barnabas wird ein Nickname. Spätestens mal in Keditsche, wir haben viele Nicknames, wegen so viel haben wir ein Numen, sondern ihr habt zweierlichen Nicknames, oder wegen der Schärten, wer ist wer. Eins immer ist ein Befrottier, eins immer ist dort, ferne, und dort, bei verschiedenen Nicknames, ja auch dort. Aber das sage ich, in Kapitel 1, Vers 24, dort Barnabas wird ein guter Mond, voll von hell und jes, in Glauben. Das sagt, da wird ein guter Mond. Das geht, das einzige Neue Testament, wo wir reden, dort ist es, wie ein guter Mond wird. Wenn wir sind, sind wir vor Gott, aber jes, das hat hier, die sind betult. Und bei vor, die, wie, in der Zeit, so zeich nicht, der ist Christlich, wie ein guter Mond, zeich bloß, dass wir ein guter Mond. Der hat eine Reputation, dass er den Menschen gut tun, dass er den Menschen gut wird. Und dort wird auch so, was den Menschen dreißen, und da hat er den Nickname, hier, Barnabas, wenn er den dreißen wird, dass er den Menschen gut merkt. Wenn wir wollen, Menschen, die Leinheit geben, uns einen Nickname geben, wo er uns unten kicken kann, wo wollen wir einen Namen? Wollen wir einen Nickname geben, wo wir einen verändern, oder wo wir einen vielleicht befreit haben, wenn wir einen Nickname haben, wo sich einer aufgestoppt haben, doch, das ist ja, da wollen wir einen wirklich, wirklich nun sein. Und Barnabas hat so einen Nun. So, in 1. Thessalonien, Kapitel 4, wo wir aufzeigen, wir sagen uns, um sich dreißen Mutmärchen, und in Hebräer 3, 3, sagt er auch, wir sagen uns, Dach über Dach, dreißen Mutmärchen. Dach über Dach, nicht bloß am Sinn nach, nicht bloß am Mund, da guckt, und Dingsach, und Madweck, und Donnerdach, wie bei jedem verschiedenen Menschen, wenn wir uns dort oben waren, wo Gott ist ein, den nächsten Mal, wo Gott ist vertellen. Dort ist ein Ding, wo er sich oben war, einer, der nicht, ich selbst, den Menschen, dreißen Mutmärchen, einer hat, sich verhörter den Tänzchen, sich selbst gedreht, wo einer dort geht, und wir vierten verhörter von den Menschen, wo er rammert ist. Aber wir haben eine Verantwortlichkeit für die Menschen, wo er rammert ist, mehr halten und gut sein. Ein Ding von so einer, wo er dreißig ist, ein Mutmärchen ist, dort so eine, wo er freiwillig gibt. Nicht dort, wo er macht, aber er freiwillig gibt. Entweder der Geld, der Tid, der Energien. Wir können nicht alle Geld übergeben, du weißt nicht, dass wir alle über den Geld haben. Wir haben nicht alle verschiedene Dinge, die wir können, aber wir können geben. Barnabas, der wäre in ein Tid, wo er, der würde auch das Land verkauft, das wäre, dass der Kerk, so ein Wassender in Jerusalem, bepinkst, und wir wären sehr viele Menschen, und der, der Tid, wenn er sich bekehren, dort würde er noch leicht machen, dort würde er seine Arbeit verlieren, einer würde aufgeschlossen werden von seiner Familie, dort war das immer schwer, und allein würde er das nicht merken. Und so, wir wären dann sehr viele Arme, und wir wären sehr viele Menschen, von anderen Land, wo er die Hand haben, die haben sich nie bekehren, und die wollen wasen, die wollen die Gemeinschaft haben, und die wollen mehr arbeiten, woran es meint, in Christen. wo er die Menschen sind, wo er die dann teilen, wo er die und barnen was dort sagt, hier, der hat sich gesagt, der hat sich ein bisschen lohn verkauft, und brachte den Aposteln dort. Da sagt er nicht, dass er die feils war, und was er so mit dem geld tun, er sagt, dass es fehlt, und da hat er was, was er kommt mit tun, und das hat sich alles, das verkehren, den du geben. Und das ist ein großer Denk, wenn wir Menschen beim Marten tun, dort machen das, machen dort tun, dort machen nicht so eine Fräse, wenn Menschen freiwillig Dinge tun. In so Erfärgen, dass jeder Anst lohnt, dort fehlt Dollar, dort mehr an Tid, Tid nehmen für andere. Tid nehmen für so eine krank sind, die nicht kann, es wie man spazieren, Menschen, Tid nehmen von Einzigen Schedule und besitzen und dann betreisen. So es wird online sein, lonely sein, es wird hurting dann, like emotionally, wird sie sind belädrig, sie sind trüdig, sie haben verloren der Leben, es gibt verschiedene Dinge, die Menschen betragen das. Und eins fehlt, wenn einer bezieht kommt, da braucht eins mehr wenig gesagt, es muss einen anderen Raum oder bloß die Säten in Harchen, oder bloß Säten. Das Interessante war das Kondom, bloß sind die Säten, dort die Beste für den Menschen, die braucht das nicht fixen, aber die Beste tun, die weiß, die das auf Tosch tun, die gehen hier durch eine schwere Tid, ach sind hier, wo ich bin, mit den Topen Säten. Es sind zwei verschiedene Weh, wo wir können in treis sind für den Nächsten. Und bitte rammkicken, du sind genug Menschen, die fehlen das. Einmal sind da und wir sind ein paar Jörn Lüter, wo ich höre, dann und da hat ein Stück gesagt, ein dort ist ein Leben etwas geändert. Du sind ein Menschen, die sind reit , das Leben ne und ein grüß fahr die dort du , dass du einer verbekommen und bloß wird gesagt, du hast genug getan, wenn die anderen es drehen und sagt, ich werde nicht tun. Und wir haben nicht mehr gewusst, dass das wird angehen. Und so eine weiter ist nicht, der Kroff wird dahin erst wird einer Kondon. In der Passage Kapitel auf von 19 3 finde ich sag, du wär mank an über eine Mann von Zephiren und Kieren die aus deiner Antiochia keim und die Griechen reden deinen und prägen den von Herrn Jesus und den Herrn sind Kraft gehaunt wie mit an und ein groter Menschen gleifen und beküren sich dem Herrn all das nicht kriegt die Gemeinde in Jerusalem zu hören und die schatten Barnabas dort he bei Antiochia gehen so was he hann keim in sein hat wo Gott seine genut geduene hat fred sich in sprüge am Motto dort sei den Herrn von ganzen harten trü blieben so Verschiedene Dinge, die nicht in Gemeinden gehört haben, aber dort sind die Arbeit, wo es nicht steht, wo Gott es getroffen hat. Und Barnabas, der hat ihre Reputation zum Mutmehr. Wer wird da zum Schatten, als Barnabas, denn dort zu gehen, wenn es die Fehler bekämpft, die gute Dinge bekämpft und die Mutmehr und hat ihn wieder zum Wissen. Ich glaube, da haben wir dort verstanden. Wer wird da zum Schatten? Das ist ja, weil wir Barnabas schatten, den du sein, was du auch nicht hast. Wenn das wie so, dann können wir die Fehlerkirchen und das Potenzial sein, was du noch können geben. Und so, da haben wir wiedergekommen und da haben wir gefragt, was du sein solltest. Und da haben wir dann gehört, da haben wir ein paar Jahre und dann haben wir die Treue kommen und du sein mitgehalten. Und was du fehlt, wird du fehlt Menschen, was du können mithalten und nicht bis zu fehlen sein, ob er das Potenzial sein und dann wieder lernen. Wenn du das an den Menschen in Jerusalem glaubst, nur pingst in dort, die wollen lernen, die wollen Jesus bitte kann lernen, die wollen weißen Wortmögen in Kirchen sein. Und gerade diese Menschen sind nur bei dir. Okay, wir haben das jetzt gerade nur recht hierhin, wir bleiben dort, und wo ist das nicht? Wo ist das jetzt hier? Wo ist das hier? Für die Menschen, in den Old Testament, wo ist das hier? Wo ist das hier? Wo einer kann das wissen? Das ist, was Gott hat. Das ist, was die gleiche von Menschen zu sein. Das ist, was die nicht gleiche von Menschen zu sein. Und dann haben wir es dort wieder geschaffen. Das ist, was wir sterben und wir abgestoßen. Das sind wir betult. Das ist ein Neufeld, dass wir viel mehr zu tun haben, und die Menschen zu educieren. So, ich habe es, wie ich sage, wir haben Angst zum Schraufleeren, weil wir glauben, wir wollen so verantwortlich werden, die machen wir weiter. Und die wenige, die wir weiter, wollen wir wirklich verantwortlich werden, weil die Lehnheit ist, die wir was. Und die haben Angst, was die wollen lernen in der Schrauf. Das ist nur ein Feind, das wir die Schrauf aufmerken, und dann haben wir Angst, was wir bei uns wollen zu sein, nicht? Ich weiß auch, dass ein Mensch Angst hat, dass die Schrauf aufmerken, und Gott wird aufgeteilt. Wenn Gott die Schrauf aufmerken, dann gibt es eine Friede, das gibt eine Erinnerung, und das, das ist ein Fertig, ich weiß nicht, das ist ein Fertig, das kämpft einem, und das, ich weiß nicht, das, es creates a joy, und a hunger, like, in a hunger, und, wenn wir Angst haben zu nennen, und die Benefizien zu kriegen, wir, wir holen uns drei, wir, wir bereichern uns trotz und Mut, was der Schrauf gibt, und uns wachhören von einem. Ein Motmerker, das Menschen Motmerkungen zu Christus nur folgen, und die Dinge, die Christus vertrauen, die, 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 die Christus kicken, sein, aber wir haben auch keine Arbeit, zu tun. Und, wenn wir als Barnabas dann, die Menschen ankecken, das Potential sein, wo, wo, wo ein Unterschied dort merkt. Das Paulistik bekehrt hat, der wir dann, und Damaskus, der will die Christen, den Forst nehmen, in Gefängnis nahe, anstappen, und der will, der will die Christen, und der will das, die Christen, übermerken, und wenn der dann, wie die Kinder begehen, der hat Angst für den, der sagt, no, this is a trick. Der will hier nachkommen, der will klar sein, wer hier alle ist, und dann wird er so dachten, wird er auf dem Fuß nehmen. Wenn dort sie zu verstehen, dass die Menschen so stört wurden, dass die nicht wurden vertreten, auch wenn sie nicht vertreten. Was die hier tun hat, und was die Grütz, den sie sehen, was die so lange haben, hat geschaut, das wird schwer sein, dass die nicht vertreten, dass die einem nicht, das muss prüfen, um Fuß nehmen. Aber Barnabas, die können nicht sagen, er kennt mir, Gott hat was, in dem Leben, du hast, in Damaskus, du hast so geprägt, so klar, dass, du hast, was du, in der Träule, mit der Läderchef, in Jerusalem. Aber Barnabas, der hat ihn nicht genommen, der vertelte ihm, er kennt mir, das ist was, Gott, du hast, das ist was Paulus, all du hast, wer er ist, wer er ist, und, er bringt den, du magst. Wenn Barnabas nicht heute, die, du hast, und, dieser, der erste, andere Mensch, wer weiß, was er mit Paulus, er ist, Paulus, der hat, in der Mischung, in der Niederschaft, geschrieben, und, der hat, in so eine wichtige Arbeit, getan, am Anfang, von der Krieg. Barnabas und Paul, der hat, sehr viel, topgeräst, und, und, von Jürgen, wieder geprägt. Paulus, der wird ein bisschen strenger, und Barnabas, wird alle, die, wo, nach dem, da, Dinge, überkicken, und, und, da, glaube ich, das dort, haben wir ein paar, topgemerkt, topgehofen, weil wir haben verschiedene Gruppen, und Dinge, wo wir, äh, fern können, tun. Und, so, da haben viele Rest, und, dann ist Luther, in der Paulus, die Geschichte, Kapitel 15, sagt Paulus, und, wo wir, in all den Städten, wo wir, rumgegogen, in der Eiffenjahle, in Mathe, da, und, so, in Wode, Christen, wieder tun. Und, Barnabas, der, sagt, ja, wir, wollen, und, aber, der, will, das, John Mark, matnehmen, und, und, Paulus, sagt, nee, sie, wird, ein bisschen, das ist, ein bisschen, eine Mathematik, und, das ist, ein bisschen, oder, und, der, als Mann, in der Arbeit, trene Hüßigung. Einer weiß nicht, was das passiert, ob er, mit Paulus, zu beraten, dort bin ich leicht. Die Menschen, die den im Damm, die wollen im Fuß nehmen, schleichbehandeln, in der Pressure, wo du als hier warst, er kann mich nicht feststellen, und mir wundere nicht, ob der, ist, trene Hüßigung. So eine, Betrachtung, das, wo du als ein bisschen, hier warst, dort, dort, kann ich sein Leuch hier warst, und ein bisschen, einer, wo du, da sind wir, hartes Judging, nicht? Aber Barnabas, das sieht noch, kippt mal, das, wenn die mitnehmen, in dieser Arbeit, die hat, einen Punkt, wo die konnte, mithalten, und die haben sich, so sei, streben, Paulus und Barnabas, dort, die sind, hineingehen. Und so, Paulus, hat sich, andere, mitgenommen, Silas und Barnabas, hat sich, John Mark, mitgenommen. Aber ein Ding, was direkt passiert ist, nie haben die, zwei Monate, so verstehen, können, besägen, was von Miss, Paulus und Barnabas, wir nicht gehen. Und bei dort, wir, dann, Luther, Paulus, der Schrift von, John Mark, der sagt, bringt diesen, John Mark, mit, wenn das gut, für die Arbeit. Paulus, hat, können, sagen, hier, man, jahne, haf, da, und so, hier, fehlt, du, aber, hat, wiedergeschuft, und, und, der, wird, in der Arbeit, zu, wiederbringen, und, in der Zeit, mehr halten. So, da sind, drei Städte hier, wo, in Klasa, Kapitel 5, verscht, 2. Timotheus, Kapitel 5, verscht, auf, und, Philippein, Kapitel 1, verscht, verscht, in 20, sind Städte, wo die von John Mark vertellen, das, und wo die den, und das, nicht, umgekommen, das. So, eigentlich, das, fehlt, das, reichte, encouragement, den, Menschen, äh, bis, haben, dass, die, in der Arbeit, kann, lernen. Wenn wir, lernen, wir, wissen, wir, haben, die, nicht, verstehen, und, nicht, dass, nur, arbeiten, nicht, nicht, aber, das, braucht, Zeit, eigentlich, mehr, Zeit, das, andere, eigentlich, fehlt, und, mehr, Geld, , mehr, haben. Ich, antwesenteils, Ich, ein, 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 was ich auch, ein, ein, ähn, ein, 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 ähn, an, 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 eine fairene Arbeit. Wenn man die Zeit ändert, dann beginnt alle ein Beter zu schaffen, dann versteht sich alle allein zu schaffen und Dinge tun. Aber wenn man die nicht durchbezieht, in die Wiesen, in die Vertrauen, in die mit den Topf bezieht, dann beschreibt man nichts zu sein. Aber wenn man die Zeit nimmt, die durchbezieht, das dritt ein Mess auf Aragons, nicht? Und weil Gott ist hier deutlich mit uns, Barnabas, der wir auch so nachdenkt. Ich wundere, wie wir damit in den Topf gelebt haben. Wenn wir so ein guter Mann so etwas die Menschen treten. Wenn wir Menschen unkicken, dann wir kennen die Färten, was du im Hintergrund hast. Keine mal, was du da getan hast. Keine mal, was du gesagt hast. In Kippen war die Dinge, was du nie noch tun. Aber wir waren nicht in Kippen und die Dinge, was du noch tun. In Kippen und der Potenzial, was du vielleicht noch wohnen können. Wir haben nicht dieselbe abgeholt. Wir haben nicht dieselbe weit. Wir waren nicht alle einzelne Dinge tun. Aber wir können den nächsten motemel. von Kippen und Kippen. So John Mark, das ist das, was du hast, das Buch, das Gospel of Mark, geschrieben. Und so du hast es in Buch in the New Testament, wo du Bannas. Barnabas hat kein Buch. Das ist nicht, wo Barnabas was du geschrieben hast. Paulus hat, wo viel bekeh du geschrieben? Barnabas hat kein Buch. Du hast nicht, sehr viel du geschrieben von Barnabas, aber wenn ich kenne das, die Influenz von Barnabas hat, ist sehr gut. Und wenn wir kregen, wenn das nicht wird, wird er bekehneist. Wenn das nicht ist, wo ich gestalt werde, das wurden durchgeschrieben, das die Menschen, die Interessante durchgeschrieben. Aber wir wollen den Nächsten nicht halten, weil wir haben Angst, die wollen aber ins Hacher waren, als wir waren. Die waren alle populär. Denn eins nur eine Wahl ihr rekenneist, für die Dinge wird eine Dette und Zerstört und Everybody wants to be a Celebrity. Wann alle ihr rekenneist worden. Aber ich denke, dort kann man auch viel Druck sein. Wenn einer Kirche nicht mehr reich, die wurde kreditiert, wenn du in public warst, und die Menschen wissen, wie du was, sie kippen Dollar nicht, und all die Fehler, die du hast. Ja, du sind Dinge, die hoffen, aber das ist mehr Pressure, das ist mehr Druck, sodass es ein bisschen leichter in der Hänge gerichtet als wenn du verstehst. Aber du sagst, du magst Menschen in verschiedenen Städten sein, wir können nicht alle selber gut haben, aber die Menschen kippen und die Mut merken und encourage und dann muss sein, wo Gott mit er hat. Wer weiß. vielleicht war wenig fehlt mehr an in dieser Welt und jetzt aber vielleicht hat Gott sehr geraten, was wir nie nicht von vergedacht haben. Aber dort ist nicht ein was Christen Menschen treten und Mut merken und mit Gott die Arbeit wieder führen. Und so das Barnabas Geschichte hat nun Barnabas Effekt die nächste Mut merken die Arbeit wieder schaffen. Wenn dort streitet dann wieder. Wenn die Schein schüren die 13 Mut merken. Die kostet so viele Menschen die kostet nie nicht so viele Menschen 13 in Mut merken. Die kostet ihr kritisieren dort seien lech hier tun dort wo wir das ganz ab hören. Aber dort erinnert wir waren leichter nicht Fehler zu kippen das nicht gute Dinge. Und dort wir so wie eine Schaf kippen und Gott konnte uns Dinge oben bauen und dann wir danken haben. Wo kann ich mit Wo kann ich besser sein? Wenn Paul sagt du mich folgen soll Christus folgen tun. Nicht mich folgen weil ich sein nicht . Paul hat sein Ziel wo Jesus Christus nun folgen so fern es du wirst wohl und mit der Kroff wird der Herr ist in Jeven dein Ziel wie Jesus Christus dein folgen 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 und das ist ein dein das wird abgepüßt und sein aber den Ziel und den sie hohe flogen wie Gott dein nichts soll abheben und so ein ist wenn wir uns Envy Jealousy und so Dinge können halten mit du holen in ein anders noch kicken dort können weit nicht was noch alles tun ich bin sure wir haben vermessen oder ein Zeugnis haben wo wir keinen Betrieb hätten es war in unser Leben aber es war der Ich war ein ist ein ganz fremder ein ist dort so mir war er kann aber er ist dann nicht dass die Plot wird wissen was auch ging aber hat eine aufmerkend im denken ich kann denken ich muss reden irgendwie so 14 Jahre war ich will sein einem sales barn und wie ein Mann kann nicht denken wie ich kann nicht sein ich sagen ein dach ich begehen mich ab ein füchst mich bloß so wenn ich würde von der stoffen wo würde ich gehen ich habe mich nicht bequert wir werden abgeworfen wir haben die Bibel und wollen nicht lesen so Dinge aber die hat mich gefragt was ich nie nicht verletzten und was du einmal es kling bei sie drehen nicht ist interessant ich nicht was den ewig dach gedoen habe ich weiß wie das in die gered tun aber dort ein ding von dem dach bleibt nach bahn dort konnte ich sagen ich nicht wo ich ist aber ich weiß wie ein Schof gerat ist und die füchst mich das und leid mich auch die will mich nicht eine lange strip vertellen und jahre und ich gleich sagen mir nur sage dass die wünscht mich gut der wünscht mich nicht schlecht und will mich nicht verdauen aber wo wirst du hängen wenn du wirst von dir aus sterben und ein zweit ist nicht sein ich will den himmel nennen aber einer wo im Bett ist ein zweit sein vielleicht der andere steht und das sind Dinge die du weißt nicht was die influence was deine wir in deine actions kann haben in dein Leben die wollen vielleicht nie nicht mal erweiten wer du weißt ob der effekt was Gott wieder getroffen hat weißt nicht you never know right und das ist wenn wir drückt sein in Gott seine Arbeit du wirst eine Lohn geben du fähr und es gibt Dinge wovon erklärt was blut er hier von einer weit nicht aber wir haben ein kett zu mit Gott top sein und wo die ihm vertellen von was Gott hat getan durch ein Gott brückt uns nicht das Gott ist wie ein Mann für Menschen we screw up a lot aber Gott ist wir uns brücken mit uns top schofen und wir können uns dort kicken wir wir wollen alle fehlen wir haben Dinge an das past wir haben Dinge die wir arbeiten aber Gott kann uns brauchen wir helfen dass wir andere Menschen können antworten und dass wir haben was uns fehlt und uns fehlt das ist das ist ist warum wir hier top kommen Gott lieben und Menschen sein und mit motmelden ich wollte du mal be looten aber sicher du sollst mal von Barnabas seine Geschichte dass nichts sei viel geschrieben aber was das geschrieben ist das was wir können von den lehren werden wir beten wir danken die für das Wort was wir haben wir hast top gestalt und wir können von die lehren und das Menschen brauchen in deine Arbeit wieder schofen help uns dass wir Menschen und wir auch haben den Gott an sein wort führend und wort führend und wo wir können wir haben verschiedene weh wo wir können mit hoppen und merken die jungen und wir können deine Arbeit mit wieder schofen Amen Dank